Dass Frau Guteblumen ausgerechnet diese Firma für den Ausblick ausgelöst hat, ich dachte, wir hätten das letzte Jahr in das Hintergrund gelassen. Aua! Was ist los, Klaue? Dieses Licht da, irgendwie verursacht es mit Kopfschmerzen. Was ist das? Das ist ein sehr altes Modell, einer der ersten Pulvermühlen, die hier vor über 200 Jahren entstanden sind. Das ist das letzte Zeichen, wir müssen hier nochmal rein und das holen. Okay, Treffen sind drei im Hauptquartier. Ich dachte, wir haben die Timings begraben, weil Emma und Matilda nicht mehr dabei sind. Aber jetzt haben wir eben einen Fall. Tut mir leid, aber ich kann euch hier nicht filmen. Aber warum denn nicht? Wir bringen die Timings wieder ans Leben. Aber wie kommen wir an die Daten heran, wenn Emmas Foto gelöscht ist? Das ist genau unser Problem. Aua! Das hat gesetzt! Ich bin gerade erst neu an eurer Schule, ich möchte keinen Ärger. Mann, Lenny, Handys aus bei solchen Aktien. Sorry, es ist Larissa. Jess, sie trudelt, fangen Sie an! Wir sind wieder da. Aber Sie werden trudeln, oder? Der Kledermausbunker ist hier ganz in der Nähe. Jess und ich kennen uns da gut aus. Hilfe! 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 Nein, spinnst du, Lenny! Mein Vater bringt mich um, wenn ich kaputt bin! Wir sind da durch und eine andere Menschen sind. Spinnen, der hat es völlig gemöhnlich gemacht. Ey, ihr Zauber! Du kommst jetzt her! Das ist eure letzte Chance! Wir müssen hier weg! Wir müssen wieder in unsere Zeit zurück! Los, verein uns! Sonst sind wir gleich Fischstäbchen! Nein, das weg! Was? Was? Was?